Die folgenden Dateien wurden im Auftrag des Administrators als streng geheim eingestuft. Allgemeiner Hinweis 001-Alpha Um zu verhindern, dass das Wissen über SCP-001 durchsinkt, wurden neben der eigentlichen Dateien mehrere bzw. keine gefälschten SCP-001-Dateien erstellt. Alle Dateien, die die Natur von SCP-001 betreffen, einschließlich der die Fabrikationen, sind durch einen mimetischen Kampfstoff geschützt, der dazu bestimmt ist, bei nicht autorisiertem Personal, welches versucht, auf die Dateien zuzugreifen, einen sofortigen Herzstillstand auszulösen. Die Aufdeckung der wahren Natur, Natur und von SCP-001 gegenüber der Öffentlichkeit, stellt wie un... ...gefordert einen Exekutionsgrund dar. Jeder nicht automatisierte Mitarbeiter, der auf diese Dateien zugreift, wird sofort durch den mimetischen Berylman-Lang von Kampfstoff terminiert. Das Weiterhören ohne eine richtige mimetische Inokulation resultiert in einem sofortigen Herzstillstand, gefolgt vom Tod. Sie sind gewarnt worden. Mimetischer Kampfstoff aktiviert. Anhaltende Lebenszeichen werden bestätigt. Entfernte Sicherheitssperre. Rekordmodel-Gesetz-Natal. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Datei. Rekordmodel-Gesetz-Natal. Rekordmodel-Gesetz-Natal. Artikel Nummer SCP-001 Objektklasse Euclid Keter Sonderverwahrungsverfahren Aufgrund der Eigenschaften von SCP-001 ist kein Verwahrungsverfahren erforderlich. Die dauerhafte Überwachung von SCP-001 soll aus einer sicheren Entfernung von mehr als 10 Kilometern von einem vorher festgelegten Ort, dem sogenannten Standort 0, erfolgen. Die Position von Standort 0 ist nur dem derzeitigen SCP-Administrator und dem einzelnen Anhänger eines abrahamitischen Glaubens mit Aufseherberechtigung O514, welcher SCP-001 von Standort 0 aus beobachtet. Besagter Agent ist befugt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, falls SCP-001 aktiv werden sollte und ist verpflichtet, den Administrator und alle anderen Agenten mit Aufseherberechtigung zu alarmieren, sollte es zu einer Verhaltensänderung bei SCP-001 kommen, da dies der Beginn eines Patmos-XK-Klasse-Weltuntergangsszenarios darstellen kann. Im Fall, dass SCP-001 in irgendeiner Weise aktiv werden sollte, ist das Personal angehalten, unverzüglich die Notfallanweisungen der Patmos-Reihe zu konsultieren. Dekodierungsalgorithmen für die Patmos-Notfallanweisungen sind vor Ort ins Standort 0 vom zugewiesenen Beobachter zu verwahren und dürfen nur im Fall der Aktivierung von SCP-001 an die Einrichtung der SCP-Foundation übermittelt werden. Foundation-Personal, das in einer oder mehreren Varianten der Patmos-Notfallprozeduren vitale Rollen spielt, ist darauf hinzuweisen, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die Pflege guter Beziehungen zu einer oder mehreren der organisierten abrahamitischen Religionen. Das folgende jederzeit griffbereit zu haben. Weihwasser, Rosenkranz, Kruzifix, Kreuz, Gebetsteppich oder ein anderes Symbol, das von einem abrahamitischen Kleriker des Bischofs bzw. vergleichbar hohen Ranges gesegnet wurde, eine Kopie der abrahamitischen Schriften Thora, Bibel, Koran und Standard-Notfallvorräte in mobiler Form in einer sogenannten Fluchttasche. Im Fall eines prämillenarischen Entrückungsszenarios muss das essentielle Personal einen zweiten Agenten benennen, der nicht einem abrahamitischen Glauben angehört. Dieser sekundäre Agent ist über die Standorte eines Exemplars der Dokumentation der Notfallprozedur Patmos des primären Agenten sowie des Inokulationsmittels gegen den mimetischen Kampfstoff zu informieren und durchgehend auf dem Laufenden zu halten, um, falls nötig, die Aufgaben des primären Agenten zu übernehmen. Sich mit allen anderen SCPs vertraut machen, die an möglichen Patmos-XK-Weltuntergangsszenarien beteiligt sein können. Beschreibung Bei SCP-001 handelt es sich um eine humanoide Entität, welche etwa 700 Ellen groß ist und welche sich an einem geheim gehaltenen Ort in der Nähe des Zusammenflusses von Tigris und Euphrat befindet. Das folgende ist über die Entität bekannt. Sie besitzt eine Reihe leuchtender, flügelartiger Extremitäten, welche aus den Schultern, dem Rücken, den Schläfen, den Knöcheln und den Handgelenken der Entität entspringen. Obwohl eine genaue Zählung noch nie durchgeführt wurde, schätzten die meisten Beobachter die Anzahl der Flügel auf 2 bis 108, wobei im Mittel die Anzahl auf 4 geschätzt wird. Die Entität besitzt eine Waffe, möglicherweise ein Schwert oder Messer, SCP-001-2. Die Waffe scheint in Flammen zu stehen und besitzt laut spektrografischer Analyse eine Temperatur, die in etwa der der Sonne entspricht. Trotz dieser intensiven Hitze scheint die Waffe keine direkten, zerstörerischen Auswirkungen auf ihre Umgebung zu haben. Jede Entität, die sich SCP-001 auf weniger als 1 km nähert, wird sofort von einem Geschoss dieser Waffe getroffen und spurlos ausgelöscht. Alle bisherigen Angriffe auf SCP-001 haben zur Vernichtung des der Angreifers Angreifer geführt, unabhängig von der Entfernung. Siehe Zwischenfallbericht in Bezug zum U-Boot-Raketenexperiment im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004. SCPs 001 Körperhaltung weist einen gesenkten Kopf auf und wirkt insgesamt als würde es beten, wobei SCP-001-2 in beiden Händen gehalten wird mit der Klinge nach unten. SCP-001 ist seit der ersten Aufzeichnung durch den Gründer vor renegiert Jahren nicht von dieser Position abgewichen. Menschen, die SCP-001 ausgesetzt sind, berichten, dass sie eine Stimme in ihren Köpfen hören können, die ihnen einen Befehl gibt, dem man sich nicht widersetzen kann. Der häufigste dieser Befehle ist Vergiss, welcher dazu führt, dass die Person sich von SCP-001 entfernt, ohne sich daran erinnern zu können, die Entität gesehen zu haben. In seltenen Fällen wurden jedoch auch andere Befehle gegeben. Der berühmteste davon ist, dass in den Gründer gerichtete Sei bereit, welches, wie er behauptete, den Anstoß zur Gründung von Daten gelöscht gegeben hatte, um alle übernatürlichen und oder paranormalen Artefakte zu katalogisieren und zu verwahren, die eine ernsthafte Bedrohung für die gegenwärtige Existenz der Menschheit darstellen könnten. Dies war die Organisation, die heute als SCP-Foundation bekannt ist. Beobachter haben berichtet, dass SCP-001 vor einem Tor von immensen Ausmaßen zu stehen scheint. Langstreckenaufnahmen haben gelegentlich einen scheinbar pastoralen Hain im Inneren entdeckt, der zahlreiche andere Entitäten, die SCP-001 ähneln, sowie mehrere Obstbäume unbekannte Art enthält. Von besonderer Bedeutung sind zwei Obstbäume von immenser Proportion in der Nähe dessen, was das Zentrum des Hains zu sein scheint. Bei dem einen scheint es sich laut Berichten um einen gewöhnlichen Apfelbaum zu handeln, während der andere eine auf der Erde unbekannte Frucht trägt, die als Daten gelöscht bezeichnet wurde. Es ist die erklärte Überzeugung des Gründers, dass basierend auf Korrelation mit alten babylonischen Texten und den Schriftrollen vom Toten Meer, es sich bei dem Tor, welches von SCP-001 bewacht wird, um das Tor zu Daten gelöscht handeln könnte. In diesem Fall kann man daraus schließen, dass es sich bei der als SCP-001 bekannten Entität um Daten gelöscht handeln könnte. Nachtrag 001-A Experimente bezüglich des effektiven Tötungsradius von SCP-001-2 Experiment A Ein D-Klasse-Mitarbeiter, der angewiesen wurde, sich SCP-001 so nah wie möglich zu Fuß zu nähern. Ergebnis Nach Herstellung des Sichtkontakts zu SCP-001 erhält das Subjekt von diesem die Anweisung Verlasse diesen Ort. Das Subjekt wendet sich sofort von der Entität ab und entfernt sich. Trotz wiederholter Aufforderung, das Experiment fortzusetzen, weigert sich der D-Klasse Mitarbeiter zu gehorchen und wird terminiert. Nach der Terminierung werden alle beteiligten Forscher und Mitarbeiter durch eine unbekannte Kraft, vermutlich SCP-001-2, ausgelöscht. Experiment B Ein ferngesteuerter Forschungsroboter, der in Richtung SCP-001 gelenkt wird. Ergebnis Bei Erreichen einer Entfernung zu SCP-001 von weniger als einem Kilometer wird der Forschungsroboter vermutlich durch SCP-001-2 ausgelöscht. Alle weiteren Versuche der Fernaufklärung lieferten das gleiche Ergebnis. Experiment C 100 vorprogrammierte Forschungsdrohnen, die angewiesen wurden, sich SCP-001 aus mehreren Richtungen gleichzeitig zu nähern. Ergebnis Die Koordination war erfolgreich und alle 100 Drohnen überschreiten gleichzeitig die 1-Kilometer-Marke, jedoch werden alle gleichzeitig durch SCP-001-2 ausgelöscht. Der zugewiesene Beobachter an Standort 0 berichtet, dass es schien, dass SCP-001-2 in alle Richtungen auf einmal zugeschlagen hätte. SCP-001 wich dabei nicht von seiner Körperhaltung ab. Experiment D Drahtgelenkte Rakete, die aus einer Entfernung von 3 Kilometern abgefeuert wird. Ergebnis SCP-001-2 löscht die Rakete beim Überschreiten der 1-Kilometer-Marke aus und annihiliert gleichzeitig den Startplatz und tötet das gesamte anwesende Personal. Experiment E Eine Interkontinentalrakete mit mehreren Sprengköpfen, abgefeuert vom SCP-Atom-U-Boot Nautilus. Ergebnis Siehe U-Boot-Raketenexperiment im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004. Experiment F SCP-076 und das mobile Einsatzkommando Omega-7, die Büchse der Pandora, wurden angewiesen, sich SCP-001 zu Fuß zu nähern. Ergebnis SCP-076 weigert sich, die Mission durchzuführen, obwohl es nicht über den genauen Inhalt der Mission und informiert ist. Auf die Frage warum antwortet SCP-076, Zitat, Nein. Einfach Nein. Experiment G SCP-073 Aufgrund der Ergebnisse aus Experiment F wurde SCP-073 bis zur Ankunft am Standort 0 nicht über sein Ziel informiert. Ergebnis SCP-073 näherte sich dem Gelände zu Fuß. Als er SCP-001 sah, zeigte SCP-073 Verzweiflung und bat um Abbruch. SCP-073 wurde angewiesen, fortzufahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Symbol auf der Stirn von SCP-073 zu Daten gelöscht. Das Experiment wurde aufgrund von Daten gelöscht. abgebrochen. Siehe Nachtrag 001-AAA. Nachtrag 001-AAA Auf Anordnung des Administrators dürfen keine weiteren Experimente bezüglich SCP-001 durchgeführt werden. Es dürfen keine weiteren SCPs SCP-001 ausgesetzt werden. SCP-001 darf nicht zur Entsorgung gefährlicher SCPs verwendet werden. Bitte beachten Sie die überarbeiteten Eindämmungsverfahren für weitere Details. Anhang am *** konnte die folgende fehlerhafte Übertragung vom Personal der Foundation empfangen werden. Einleitung des Notfallverfahrens Patmos Omega an alle Mitarbeiter der Foundation. Die folgende Nachricht wurde heute Morgen um *** von Standort 0 empfangen. SCP-001 hat seinen Standort verlassen. Das Tor ist offen. Sie reiten. Oh Gott. Es ist so schön. Der Herr herrscht. Der Herr hat geherrscht. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Der Herr ist Gott. 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 Höre, O Israel, der Herr. Unser Gott ist Deins. Aufgrund des Zusammenwirkens dieses Ereignisses mit dem jüngsten Erwahrungsverstoß bei SCP-995, der Eröffnung von SCP-616 und der Aktivierung von SCP-098 ist die Foundation verpflichtet unverzüglich mit den Vorbereitungen für ein Weltuntergangsszenario der XK-Klasse zu beginnen. SCP-076 und SCP-073 sind sofort zu sichern. Alle Mitarbeiter müssen Notfallprozedur Patmos Omega freischalten, entschlüsseln und alle darin enthaltenen Befehle befolgen. Standort 19 ist zu sichern und alle nicht wesentlichen SCPs und Mitarbeiter zu terminieren und oder zu vernichten. Wiederhole. Aufgrund des Zusammenwirkens dieses Ereignisses mit dem jüngsten Verwahrungsverstoß bei SCP-995, der Eröffnung von SCP-666 und der Aktivierung von SCP-098 ist die Foundation verpflichtet, unverzüglich mit den Vorbereitungen für ein Weltuntergangsszenario der XK-Klasse zu erzeugen. SCP-076 und SCP-073 sind sofort zu sichern. Alle Mitarbeiter müssen Notfallprozedur Patmos Omega freischalten, entschlüsseln und alle Befehle befolgen. Standort 19 ist zu sichern, die SCPs und Mitarbeiter sind zu terminieren und oder zu vernichten. Wiederhole. Aufgrund des Zusammenwirkens dieses Ereignisses mit dem jüngsten Verwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrungsverwahrung mit Differmation unverzüglich mit den Vorbereitungen für ein Weltuntergangsszenario der XK-Klasse zu denken. SCP-076 und SCP-073 sind sofort zu. SCP-097-3 sind sofort zu. Freischalten, entschlüsseln und. SCP-107-3 ist ein neuer Hirn, ein neuer Hirn, ein neuer Hirn, ein Frucht. Signal verloren. Nach Kontaktaufnahme mit Standort 0 antwortete O514, dass keine solche Nachricht von seinem Standort gesendet wurde und dass SCP-001 regungslos verbleibt. Die Übertragung wurde zunächst als Hoax eingestuft. Eine genaue Betrachtung der Übertragung ergibt jedoch einen Zeitstempel, der in der Zukunft in etwa liegt. Es wird theoretisiert, dass Daten gelöscht. Dass tatsächlich eine Menge Leute anscheinend das mögen, was ich hier produziere und immer und immer wieder kommen und sich meine Videos aufs Neue hinangucken. Und das finde ich einfach unglaublich. Danke, danke dafür. Danke auch immer für die super netten und teilweise auch sehr konstruktiv kritischen Kommentare, die ich unter die Videos bekomme. Das hilft mir immer sehr, so ein bisschen abzuschätzen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Wo könnte ich eventuell noch Sachen verbessern? Also top, top Leute, danke dafür an euch. Weiterhin, eine Sache noch, wenn ich mir jetzt dieses Jahr so angucke, ich hatte im Januar mein 300 Abonnentenspecial, im Juni mein 400 Abonnentenspecial und jetzt schon mein 500 Abonnentenspecial. Und ich finde das natürlich den absoluten Wahnsinn, wie schon gesagt. Aber wenn das jetzt zeitlich so weiterläuft und sich so weiterentwickelt, mache ich irgendwann nur noch Abonnentenspecial-Videos und das wird a etwas langweilig und b ist es dann auch nicht mehr so ein Special. Deswegen werde ich jetzt dazu übergehen, das nächste SC401-Special, also das nächste Abonnentenspecial, dann bei 750 Abonnenten zu machen und dann bei 1000. Und falls wir es wirklich schaffen, diese utopischen 1000 irgendwann zu knacken, muss ich mal weitergucken, wie wir dann das mit dem Modus, wie wir da weiter verfahren werden. Ansonsten, ja, also nochmal großen Dank an euch da draußen. Ich bin überwältigt und ja, bleibt mir nicht immer viel zu sagen, außer schaut euch doch noch ein anderes Video an. Habt noch einen guten Abend, guten Tag. Ich habe keine Ahnung, wann ihr euch genau das jetzt anguckt, aber passt auf euch auf und schausen. Ich bin überwältigt und ich bin überwältigt und ich bin überwältigt.